Es gibt aber auch sogenannte Stoffbindensysteme und da gibt es unterschiedliche Lösungen wie zum Beispiel die sogenannten Taschenstoffbinden. Das zeige ich dir jetzt mal hier anhand der Stoffbinde von Popolini. Da gibt es einmal einen sogenannten Träger und zwar mit einer Taschenöffnung. Du könntest diese hier jetzt schon als Slip-Einlage benutzen, hat oben eine Stay-Dry-Oberfläche und dann ist hier unten eine Lage saugender Stoff eingenäht. Und du hast noch einen Polstoff als Nässe-Schutz. So, das wäre jetzt also dann ganz dünn sozusagen als Slip-Einlage. Wenn du jetzt eine, wenn du die jetzt etwas dicker haben möchtest, deine Stoffbinde, dann legst du dir eine der Einlagen einfach in diese Taschenöffnung ein und dann ist das dann auch schon dicker. Und wenn dir das noch nicht ausreicht, dann nimmst du die zweite Einlage, die mit dabei ist. Die kannst du jetzt auch hier reinlegen. So, und dann ist das jetzt eben auch wieder dicker. Und so kannst du dir dann das individuell zusammenstellen, wie dick du deine Stoffbinde brauchst oder ob dir eine Slip-Einlage ausreicht. Das Ganze gibt es bei Popolini auch dann aus reiner Baumwolle ohne Nässe-Schutz. Und dann hättest du hier auch eine Frottee-Slip-Einlage und eben dann noch zwei zusätzliche Saugeinlagen aus Bio-Baumwollfrottee, die du eben dann hier in diese Taschenöffnung einlegen kannst. Ein anderes System, um eben eine Stoffbinde sich selber in der Dicke zusammenzustellen, ist zum Beispiel dieses hier von Jakun. Es gibt aber auch noch andere Hersteller, die haben das so ähnlich. Und zwar gibt es da eben auch einmal den Träger. Und in dem Fall ist hier der bunte Außenstoff, der kommt zur Unterwäsche und dazwischen ist noch ein Nässe-Schutz eingenäht, so dass du also hier auch ganz gut geschützt bist. Und hier oben ist eine dünne Schicht von einem Baumwoll-Jersey. Du könntest das hier jetzt auch wiederum nur als Slip-Einlage nehmen oder dann eben mit Saugeinlagen ergänzen. Die werden dann einfach nur hier unter die Bänder gelegt. Entweder eine Einlage oder dann eben zwei. Und dann hat dieses System auch den Vorteil, wenn diese Einlage eben schmutzig oder nass ist, wenn sie voller Blut ist, dann kannst du sie auch auswechseln. Wenn dann nämlich hier der Träger an sich noch sauber ist, frisch ist, dann reicht es wirklich aus, wenn du die Einlage auswechselst. Und das geht dann sehr schnell und du hast dann wirklich nur ein ganz kleines Päckchen, was du für unterwegs an Wechseleinlagen mitnehmen musst. Ein anderes System ist zum Beispiel dieses hier von Baby Lucy, auch mit einem verdeckt eingenähten Wäscheschutz. Und die Taschen sind jetzt hier an den langen Enden jeweils. Und dann kannst du auch hier unterschiedliche Einlagen eben verwenden. Das hier ist eine einfache Einlage. Die besteht aus zwei oder drei Lagen an Baumwollstoff. Wird einfach nur so eingelegt und auch hier kannst du es auch einfach wieder auswechseln, um eben eine andere frische Einlage dann einzulegen. Benötigst du etwas für die Nacht oder wenn du eben eine, wenn du so blutest, dass du vorne oder hinten eben noch eine Erweiterung brauchst, dann gibt es dieses System. Da ist einmal eine lange Einlage und darunter ist eine kleine Einlage. Einfach nur hier mit den Quernähten festgenäht. Und dann werden nämlich diese, diese Teile von der kleinen Einlage hier nur reingeschoben, in den Halter. So und dann hast du eben hier schon deine Stoffbinde, die jetzt nur an bestimmten Teilen hinten oder vorne, je nachdem wie du blutest, wo das dann eben hier noch nach oben schaut. Ja, das sind unterschiedliche Arten von Stoffbindensystemen, wo du selber entscheidest, je nach Bedarf, wie dick die Stoffbinde sein soll. Stoffbindensystemen Stoffbindensystemen Stoffbindensystemen